Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play 4. Äh, wir sind letztes Mal gestorben und dürfen den ganzen Müll jetzt nochmal machen. Ach, ist das schön. Äh, wenn ich jetzt nochmal genau wüsste, wo längst wir gelaufen sind. Für mich ist schließlich wieder ein Tag vergangen. Äh, ah, okay, hier haben wir aufgemacht. Dann müssen wir jetzt... Boah, sind wir echt so weit zurück. Boah. Ich glaube, ich speichere gleich zwischendurch einmal. Damit wir das ja nicht nochmal machen müssen. Da juckt die Nase. Hier ist die Leiche, hier müssen wir durch, hier haben wir alle getötet. Ah, lalalala. Erstmal wieder alles einsammeln hier. Äh, zumindest jeder, der uns was gibt. Freiwillig. Ich zwinge euch nicht. Ihr müsst mir nichts geben, wenn ihr nicht wollt. So, wo sind wir denn längst gelaufen? Hier? Oder da hinten? Ach, das war wieder diese scheiß Doppelwege, ne? Äh, okay, okay, okay. Ja, hier war die Action-Szene. So, hier kommen dann auch schon die Ersten. Wo denn? Hä? Oh, okay, hallo, na? Alles klar bei dir? Brauchst dich gar nicht verstecken. So, einmal Granate rein. Oh, 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 oh. Halleluja. Das war knapp. So, du brauchst gar nicht hier den Hechtsprung machen. Ach, von da kommen sie auch. Aua. Nachladen ist doch echt kacke. Ach, da ist er Er kann uns auch mal kreuzweise hier am Arsch lecken Wow Du Penner Ja, ja, brauchst gar nicht so eine Geräusche machen, du Drecksack Fall endlich um, du Boah Halleluja Äh Das waren aber noch nicht alle, das weiß ich Oder? Waren das doch alle? Wenn ja, war das doch relativ gut eigentlich, ne? Ja, ich würde sie gerne mitnehmen Ach komm, wir nehmen sie einfach mit Denn da kommt noch irgendwo ein zweiter, das weiß ich noch Äh, das wollte ich jetzt nicht tun Gib mir die Waffe wieder Danke sehr Ähm, ja Was war da denn? Ach, egal Wir laufen jetzt einfach weiter Und gehen in die nächste Actionszene rein So Headshot Den haben wir schön an die Wand genagelt Ach ja, da Und Headshot Ihr braucht es gar nicht zu versuchen, verdammte Seid ihr auch alle tot? Hallo Äh, ja Ich glaube, sie sind alle tot Ach ja, da war das Gesundheits-Upgrade Ne, Reflex-Upgrade So war das Und dann finden wir gleich Was? Ach, da oben hängt noch irgendwo einer Ich glaube, ich habe ihn gesichtet Oder nicht? Hä? Da war doch einer Ähm Ich weiß, wir wurden gesehen Ich weiß nur nicht von wo Er startet bestimmt gleich Überraschungsangriff Wusste ich's doch Du, Drecksack Stirb Sinnlos rumschießen bringt dir jetzt auch nichts mehr Also Hm, okay Hier ist nichts mehr Die Musik ist auch nicht mehr so actionreif gerade So Dann laufen wir da Headshot Doch nicht Ja, er ist tot Aber ich glaube, hier war noch mehr, ne? Ja, genau So, den haben wir auch fest Wir nageln sie alle an die Wand, ey Ähm, natürlich nicht im Natürlich nicht im Zweisinnen Natürlich nicht im Zweideutigen Sinne, ne? Ihr wisst Aua Ihr wisst, was ich mein Drecksack Und die Musik wird immer unberuhigender Ah Ich weiß gar nicht mehr, was hier jetzt noch alles kam Auf jeden Fall Äh, bevor wir das nochmal machen müssen Werde ich noch einmal kurz schnell speichern So, Alice, wait, komm weg Und wir lennen es wieder einmal wie immer Let's Play Jawoll So Und dann geht's auch gleich weiter Nicht, äh, ich hab das jetzt nur gemacht Damit wir das jetzt hier nicht nochmal alles Äh Längs laufen müssen Und, äh, töten müssen Ach, guck mal da Den nehmen wir natürlich auch gerne nochmal mit Huch Taschenlampe ist aus Also Ihn hat's natürlich sehr gut erwischt Guck mal, er blinkt Wehe, du hast eine Zeitbombe am Kopf Irgendwie hängen sie hier alle ab Und das ohne uns Ich fühl mich gerade ein bisschen Outsider-mäßig Hm Ah, lass uns springen Lalalala Aber hier war auch, glaub ich, noch irgendwas, ne? Wusste ich's doch Scheiße So Ach, weißt du ja was Ihr könnt mich mal kreuzweise Wieso lebst du noch? Ja, hier bin ich nicht Ah, okay Hab dich gesehen Ähm Mann, du Drecksfliege Hau ab So Jetzt ist sie wenigstens weggeflogen Aber sie nervt weiter Ja, ich habe wieder meine berüchtigte Fliege aus der Minecraft Session hier Ich glaub, das wird ein ewiger Stargast hier bleiben Leider Hier sind irgendwo noch Gegner Und solange Gegner hier sind Bin ich natürlich froh Ach, verdammte Kacke, nachladen So Ach, weißt du was Ähm Tja Oh Da hinten ist der Gesundheitsupgrade Den wir uns auch natürlich gleich tolen werden Bist du auf die Fresse geflogen? Tja Boah Ja, schieb die Tür Die können umschieben und wir nicht, oder was? Ach, verdammt, jetzt ist die Muni leer Kacke Lass mich durch da Komm Tauschen wir einmal um Nehmen natürlich wieder alles mit Die Granaten natürlich auch wieder Und Genau auf den habe ich gerade Gehofft Äh, nicht gehofft Ich werde jetzt versuchen, die Medikits aufzusparen Oh, ich sehe nichts Aus dem Grunde halt ist ein Gesundheitsupgrade Und das heilt uns wieder vollkommen Was natürlich vom Vorteil für uns ist Ach, verdammte Uuuuh Ich glaube, das war nicht so gut Ich glaube, ich muss noch einmal heilen So Wo ist er? Da hockt er doch Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Die Munition ist leer Einmal umtauschen Wir nehmen das Medikit mit Und das Gesundheitsupgrade So, jetzt sind wir vollkommen geheilt So, irgendwo hier hockt er doch, oder? Jawohl, da hockt er doch Wow, was zum Okay Taschenlampe und Zeit Ah gut, wir haben ihn erwischt Sehr schön Was? Ihr versucht es doch von der Seite, ihr Penner Ah, fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Das sind irgendwie, die kommen von überall gerade Wo auch immer Mache, diese Dreckssäcke Scheiße Ich glaube, das wird so eine Etappe, wo wir Ein wenig länger bleiben werden So, hier ist bestimmt einer Aber die Frage ist, wo? Da hockt er doch So, dann sind wir den schon mal los Verdammte Scheiße Okay Nochmal Ich mag den Part jetzt schon nicht Äh, äh, ja Wir hatten gespeichert Und zwar hier oben Ich weiß nicht, ob ich die Shotgun mitnehmen soll Statt dieser hier Aber ich glaube, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr Ach, jetzt dürfen wir ja wieder alles mitnehmen Unser netter Kollege, der hier hängt, der Komm, wir gehen mit dem Maguette aus Achso, da Aua Penner So Was du kannst, kann ich auch So Die Fliege, die hier rumfliegt Die erschwert das natürlich alles auch noch ein bisschen So So, Headshot Und jetzt auf den da Perfekt Aber da sind noch mehr Aua Äh, ja Keine Munition mehr Ich glaube, wir nehmen die Shotgun mit Denn wir haben nur noch 25 Schuss mit dieser Waffe Und das bringt uns natürlich rein gar nichts Also Ein neuer Ey Ein neuer Versuch Mit Shotgun Haben wir auch nicht viel mehr Schuss Aber da kriegen wir ja nach und nach Munition So Und ich glaube Ich könnte jetzt schon Da reinwerfen und laufen So, jetzt haben wir dir schon mal ein wenig Gezeigt, wo der Hammer hängt So Eins Zwei Er ist tot Äh Wo hockt der Hä Oh oh Ach, da bist du Hallo Na Ich glaube, ich habe gerade voll in die Luft geschossen Ach, jetzt habe ich meinen eigenen Schatten Versuch's gar nicht Hä Komm schon Du kannst gleich liegen bleiben So, und du auch Meine Fresse Lebt der immer noch, oder wat Boah, ey Jetzt schon kein Bock mehr auf den Scheiß hier Ähm, okay Weiter geht's So Wie jetzt Mann Schnellspeicher mit 5 Ja, toll Aha Jetzt haben wir schon fast ein Part rum Und Ähm, nö, nö Ähm Es ist doch alles nervig hier Ich mache jetzt alle 5 Sekunden Quick Save hier So, auf jeden Fall mache ich jetzt schon mal ein Quick Save Äh, äh, 5 Schnellspeichern erfolgt Sehr schön So So Und Zack Und Ähm Bäm Ich glaube, er ist tot Und er Geht gleich hinterher Okay, der da hinten hat, äh, Zuckung Wenn ich jetzt nicht weiterkomme, dann wird die Folge Überlänge haben Das sage ich jetzt schon mal So Alles mitnehmen hier Das haben wir ja jetzt gut überstanden Dann machen wir hier nochmal ein Quick Save God Brauche jetzt nicht alle 5 Meter auf, äh, Let's Play speichern Ja, ich würde die Waffe schon gerne Komm, einmal nachladen So Und Zeitlupe Ähm Ähm Moment mal, hier fehlt was Hallo Da waren doch die ganze Zeit Gegner Ach, gucke mal da Wo Oh oh Aua Das tat weh, ihr Drecksäue So, aber kannst vergessen, leg dich hin So, wo kommt der nächste? Da hinten So, einmal Granate rein und fertig So Ach, er ist ja auch noch da, verdammt Komm, ihn schalten wir jetzt damit aus So Ach du, was willst du denn? Ja, ich hab dich neutralisiert Wow Hat er gerade gerammt? so einmal wieder ein stück zurück hier so und dahinten ist der nächste drinnen einfach mal da hinwerfen so er müsste eigentlich auch gleich umkippen er dürfte nicht mehr viel aushalten ach du drecksflieger hau ab von meinen finger gut er ist tot komm her wenn du dich traust meine güte alter was du kannst gleich mal wieder weg bleiben die wieder in deine ecke wo du herkommst alter c und aufstehen ok 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 granaten nämlich gerne mit ich sehe wenn er das überhaupt ist jetzt ist alles für quantia gut den haben wir kurz mal beschäftigt und das war's mit ihnen ok doch nicht da ist noch einer aber wo komm raus komm raus wo immer du bist hey arschloch mann du drecksflieger hau ab mensch nicht beim aufnehmen aua ich glaube das war nicht so schlau so bis er umkippt auch weißt du was ich glaube er ist umgekippt so alles mitnehmen alles mitnehmen danke was ist das denn eine sniper wäre ja auch interessant ne so eine nette sniper das ist gar keine sniper verdammt ich will meine pump kann wieder ich will meine pump kann wieder pump kann missverpackt nein na super na super le superbe so mitnehmen 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 sonst war hier nichts mehr glaube ich wieviel schuss hat die denn 75 das nehme ich doch gerne an ach guck mal was wir aus ihnen gemacht haben da und Entschuldigung ich muss mal kurz die Sache wieder da da muss ich einmal wusste die erkältung lässt nämlich langsam nach da war das denn hier jetzt auch alles naja natürlich durch glas laufen geht nicht so einfach warum mit der waffe 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 Panner NEIN 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 ich hätte speichern sollen und die nächste Folge anfangen sollen nach 20 minuten immer noch nicht geschafft ey so ihr Penner ich geh diesmal gleich hier durch so leckt mich ihr Arschkriecher so ach du kannst mich auch mal kreuzweise ja ja aber verdammt die ist durchgeflogen so so Granate, 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 Granate ich hab keine Granaten mehr so ja ja Vorsicht Granate du pass auf du pass auf du pass auf du verdammte wie lange wie für hellen halten die aus eigentlich hier so er ist weg der wichtigste ist weg so nein, 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 nein boah alter ja komm, weil es gerade so schön ruhig ist quick save speichern erfolgt ja ich kann aber nichts machen ah ui 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 so durch, 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 durch auf meins ah Freunde ich glaube das kann noch ein bisschen dauern hier auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal ein quick save gemacht für die stelle damit wir das ganze hier nicht nochmal machen müssen aua verdammte du kannst gleich fliegen bleiben bleib fliegen so und gleich kommt Mac Fetty nochmal also ah ja, welche Waffe nehmen wir dafür wir nehmen auch dieselbe Waffe, würde ich sagen ähm, so äh, 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 quick save ja, los speichern erfolgt ich weiß dann ui 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 so, hier scheint nichts mehr zu sein hier scheinen wir alles ausgeschaltet zu haben so, Zeitlupe und bam 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 ui 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 bam und bam bam Gott sei Dank endlich so Drecksack noch einer komm jetzt asen wir mal ein bisschen mit der Waffe rum so, eigentlich können wir das jetzt mal kurz nachladen ach, hat er schon nachgeladen, sehr schön so und so wie es sich anhört haben wir es geschafft ne, wir bleiben bei der Schrotflinte danke sehr so, meine Freunde was für ein Agawasie und dann würde ich auch mal sagen die Folge müsste jetzt so überlänge haben auf jeden Fall sage ich, wie es in der nächsten Folge weitergeht hinter dieser Tür wo eine nette junge Dame auf uns wartet das und vieles mehr werdet ihr in den nächsten Folgen von Let's Play 4 sehen bis dann Kiló so, wie es das passiert ist